Liebe Leute, willkommen zurück. Ich habe jetzt mir mal etwas den Innenraum gemütlicher gemacht. Also das ganze Schwarze, man hat ja nichts gesehen. Jetzt sieht man ja mal so ein bisschen das ganze Design, was vorher komplett unterging. Also es war ja tiefschwarz. Ich habe dann eigentlich nur die Farbe weggemacht und da kam dann das zum Vorschein. Ich finde das halt, ja, wenn man als Alien hier, wenn Ihnen das gefällt, dann ist das okay. Also mir hat das jetzt zumindest auf Dauer nicht gefallen. Das war mir echt zu erdrückend. So, hier unten ist dann das Gleiche. Hier habe ich auch alles ein bisschen heller gemacht. Da sieht man auch dann letzten Endes, wo alles ist. Das hatte ich gar nicht für voll genommen, hier hinten die Ecke, weil das war ja duster. Ich wusste gar nicht, dass es hier weitergeht. Wobei ich könnte eigentlich diese Wand hier auch wegnehmen. Die ist ja eigentlich irgendwie, da weiß ich, aha, dort ist es. Da sieht man alles, hat man alles im Blick. Zumindest jetzt, wo ich das benutze. Genau. So. Und dann hatte ich, achso, dann hatte ich noch was Lustiges entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob das so geplant ist oder ob das nur jetzt in der Entwicklung halt so ein Zwischenschritt ist, wenn ich diese, ich wollte dann diese Geschütze wegmachen. Und, ja, da kriegt man halt Mineralien, äh, Quatsch, Mineralien und irgendwelche, äh, Teile, dachte ich. Und wenn ich das mache, kriege ich einen Alienblock. Cool. Das Problem ist eben nur, ich kann den nicht, nicht benutzen. Also ich kann den nirgendwo hinsetzen. Äh, Chatblock muss ich natürlich anmachen, klar. Ne, brauchst du jetzt nicht anmachen auf dem Schiff. Stimmt. Gut. Und deswegen kann ich irgendwie nicht so richtig hüpfen dann. Na gut. Und wenn ich das jetzt nehme, das Alien-Ding, dann geht's leider nicht. Aber ich kann hier mit Rechtsklick verschiedene Sachen auswählen. Keine Ahnung, ob das so gewünscht ist, ob das so geplant ist. Ich vermute mal nicht. Weil früher bekam man dann, wenn man das übernommen hatte, halt auch Rohstoffe raus aus diesen alten Geschützen. Ja. Ja. So, ansonsten habe ich das andere Schiff abgebaut. Zumindest, ja, was, was, was mache ich jetzt mit dem Kern? Den kann ich sowieso nicht benutzen. Ich habe den nicht, ich habe ihn, glaube ich, in eine Kiste gepackt. Ich glaube, hier hatte ich schon ein paar. Ja, genau. So, warum habe ich das? Ach so, ja, das muss ich auch noch setzen. Genau. Ach, stimmt, ich brauche dann letzten Endes, wo mache ich das? Ich mache das ein bisschen gleich hierhin. Wieder hier meine, meine bekannten Sachen wie Toilette und Dusche. Die brauche ich ja doch irgendwo, wenn wir dann irgendwie zu viel Radioaktivität und so abbekommen haben. So, und die Dusche, fein säuberlich daneben. So, gut, das Schiff draußen. Nur nochmal, das habe ich dann, hier ist es aber dunkel. Vielleicht kriege ich auch noch eine Lampe rein, aber ich habe, glaube ich, ich habe nichts mehr. Ne, gut, das Schiff draußen. Chat weg an, sonst stürze ich runter. Das habe ich jetzt, das, das habe ich nicht ganz geschafft. Also, das war mir dann echt so mühsam. Äh, ich habe jetzt nur die Innereien rausgepickert. Das ist, das ist egal. Ich meine, meine Güte, das sind Stahlplatten und gehärtete Stahlplatten, die da noch rumschwimmen. Das ist jetzt nicht so wild. Ja, eigentlich, ähm, wo ist das jetzt so? Ja, ein bisschen Lampen habe ich noch dazu gemacht, noch ein bisschen mehr. Das Ding ist voll. Ich habe die sozusagen von dem anderen Schiff hier rüber alle und, äh, wir können losmachen, würde ich sagen. Wir können starten. Wir können starten. Fünf Schuss, äh, fünf Laserraketen. Was ist das? Ja, Laser, da sind das genau. So, also, habe ich jetzt eigentlich alles an. Wo sind eigentlich die Triebwerke? Habe ich Triebwerke? Habe ich, sind die drin verbaut? Oder sind die in den, in den Armen? Das weiß ich gar nicht. Das muss ich mal checken. Das sind die neun Sachen. Eine Selbstschlussanlage, Alien ist noch da. Okay, na, egal. Passiert sowieso nichts. Ähm, genau. 28. Die müssen doch irgendwo sein. So, die sind jetzt, achso, die sind alle aktiv. Aktiv. Die sind alle aktiv. Aber wenn ich mich bewege, sehe ich das gar nicht, ja? Rechts außen ist irgendwo so ein, so, 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 ach nee, das war, ich dachte, das ist dran hier. Das ist so ein Knubbel dran. Nee, das ist Quark. Das ist da hinten der Planet. Also gut. Map. Map. Sektorkarte. Und wir hatten ja gesagt, eigentlich auf Mai gibt es diesen, diesen, na, diese Stationen. Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen. Irgendwo gibt es die, irgendwo steht der. Ich glaube im PDA, oder? Ich weiß es nicht mehr. Kann sein. Schauen wir, oh, können wir eigentlich mal schauen. PDA-Einzelspieler. Nee, stand hier nicht. Ja, irgendwas mit sieben war das, glaube ich. Irgendwas mit sieben. War das Übung, Übung? Nee. Irgendwas mit sieben stand da. Gut, also werden wir dort mal hinwurpen. Müsste eigentlich klappen. Also Map. Sektorkarte. Und Ziel erfassen. Das ist die, achso, das kann ich eigentlich, wie komme ich dann hier eigentlich hin? Zu diesen Missionen. Ich denke mal, das ist ja dann danach dran, oder? Das ist dann das Ende. Oder man wurbt dann von hier, hier rum. Das müssen wir mal sehen. Ich will auf jeden Fall das nächste erstmal machen. Und dann schauen wir weiter. Gut, wo ist es? Der Pfeil, da oben ist er. Ah ja. Einfach durchwurpen. Okay. Dann machen wir das. Geschwindigkeit. Wo ist die Geschwindigkeit? Da oben ist er jetzt auf der anderen Seite. Und. Wurb. So, jetzt sind die Geschütze an. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Okay, wir sind da. Da oben ist auch ein Raumschiff vor mir. Was ist das für eins? Das hier. Das ist es. Genau. Dahin will ich. Das ist es. X7 Explorer. So war es. Irgendwas mit 7 war es. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das mit den Geschützen? Lasse ich die aus? Ich lasse die vielleicht erstmal aus. Ich kann die ja dann immer noch einstellen, dass ich hier was zerschieße. Wobei, wir haben ja das letzte Mal gesehen. Na doch, die Geschütze hatten Schaden abbekommen. Zwar nicht sehr stark, aber immerhin. Und ich meine, ich habe meine. Kann ich die eigentlich? Ich habe die eigentlich geladen. Ach, dafür habe ich keine Munition. Ich dachte, die ganzen Munitionskisten sind voll. LS Ladung 2. Okay. Na, das ist natürlich jetzt so. Gut, dass ich das noch sehe. Aber die Dinger sind doch 70. Ja, die habe ich jetzt. Also, dass ich keine Basis in den Raum setzen kann, das wundert mich etwas. Also, klar, auf dem Asteroiden. Aber. Okay, 70 ist natürlich nicht die Welt. Ich greife mal zu. Ich mache dann mal. Wobei, das stört ja nicht, wenn ich die Waffen wegnehme. Das ist ja nicht so schlimm. Und die anderen Sachen. Vielleicht den Kern nicht. Vielleicht schalte ich erstmal nur, wenn es soweit kommt. Genau. Aha, hatte ich das an die Geschütze nur vergessen? Oder? Nur die Geschütze aus. So, jetzt fliege ich aber, ich gehe aber vielleicht doch noch mal kurz raus und fliege rum, weil 70% weg ist ja schon schlecht. Das ist nicht gut. So, wie viel Wurf haben wir eigentlich verbraucht? Ach, das war schon auf bis hierher. Naja, es geht. Da kommen wir dann noch ein Stückchen, denke ich. Ansonsten müssen wir halt wieder den Mond anfliegen. Das ist jetzt auch nicht so wild. So, okay. Also wir bleiben kurz hier. Ich check nochmal draußen. Repariert die, äh, die Geschütze nochmal schnell. Sicher ist sicher. Chatpack an. Ja, dann mit dem Licht. Also das, 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 das Licht hell ist. Das war mir klar. Ja, aber, äh, wenn ich das jetzt mal wegnehme, ich meine, im Moment geht's, weil, weil alles hell ist. Aber es ist trotzdem eine Funzel. Irgendwie, ne, also, deswegen hatte ich dann auch die Taschenlamme genommen, weil wenn ich zum Beispiel hier, das ist ein richtiger heller Lichtstrahl, das sieht man wenigstens mehr, wenn ich die zittrige, wenn ich das zittrige Gerät hier nehme. So, also, Geschütze. Jetzt natürlich reparieren. Hallo, 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 hallo. Hab ich Chatpack an? Chatpack hab ich an. Was ist denn jetzt los? Warum, warum, warum bewege ich mich? Ich bewege mich, obwohl ich gar nichts mache. Ich bewege mich, obwohl ich gar nichts mache. Musst du das Ding aus der Hand nehmen? Nee. Ich bewege mich, obwohl ich nichts mache. Was mache ich denn jetzt? Chat. Hä? Was war denn das jetzt? Ich hab mich gerade bewegt, ohne dass ich irgendwelche Tasten gedrückt hab. Okay. Na gut. Ja, ich weiß es nicht. Mal sehen, wenn ich das anmache, das mache, reparieren, dann, nö, jetzt ist es nicht. Das wackelt auch hier vorne so, das zittert, das ist schon eine ganze Weile. Das ist auch schon gewesen, ein Alienblock, ach so, ist von vorhin. Das ist auch schon gewesen im stabilen Zweig, kann ich mich erinnern. So, jetzt ist das, okay, das muss repariert werden, jawohl. Gut, dann nehmen wir noch die hier drüben. Einige waren ja dann auch ordentlich. Ja, 3.000, denke ich mal, hält schon einiges aus, oder? Da hinten noch. Ach so, ja, das Schiff hab ich angedockt. Fehlt hier vorne was? Nö, hab ich, hab ich das so gebaut? Komisch. Ha, das hab ich mitgenommen. Das geht, oh, die war so runter. So, gut, noch mal kurz checken. Das eine noch, das ist wahrscheinlich das letzte auf der anderen Seite. Runden, sozusagen, die anderen Dinger, die waren ja jetzt problemlos, die waren ganz. Hier hatten wir noch 2. Das ist bestimmt das falsche. Genau, ich hatte es gedacht mir schon. Ach so, ah, hier ist es durchgekommen. Ja, stimmt, ich hatte auf ganzen Block gestellt und damit hat es das hier draußen auch mit. Aber egal. Egal. So, da haben wir das eigentlich, das ist schön. Jetzt sind wir fit. Haben wir das schon? Ja. Das ist alles gut. Und wir fliegen. Oh, ha. Verkehrt rum. Völlig orientierend vor. Und was ist, wenn ich hier zu Hause mache, müsste es eigentlich klappen, oder? Jetpack. Zack, zack, jawohl. So, erstmal nochmal fit machen hier. Also, Essen und Sauerstoff. Wie ist das eigentlich? Sauerstoff, die habe ich schon gerade gefunden. Die Tanks sind bestimmt irgendwo verbaut. Dann schauen wir halt mal hier. Sauerstoff. Ja, Tank. Zehn. 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 Ach so, zehn Stück hatte ich von den großen. Das Ding ist bestimmt noch komplett voll, ja? Trotzdem passen fast zehn Flaschen noch rein. Okay. Und Essen. So, Essen ist das natürlich schon hier knapp. Das heißt, ich nehme mal lieber was aus dem Kühlschrank, weil wenn ich dann dort bin und dann brauche ich ja bestimmt auch was. So, ich habe das nochmal in den oberen getan alles. Okay, ich habe jetzt keine Konserven. Nur so billig Kram, was schnell verrottet. Ah, na gut. Dann lasse ich das erstmal alles weg. Was ich wahrscheinlich sowieso nicht mitnehmen kann, gut. Was ist das, Aarungsrat? 80. Oh, das ist okay. Das heißt, ich... Ach so, ich nehme... Na gut, die Lampe lasse ich mal lieber. So. Gut. Wir fliegen hin. So weiter ausgerüstet. Und los geht's. Vor uns ist es. Genau. Wahrscheinlich irgendwo im Orbit beim Planeten so oben drüber. So macht er das denn anscheinend. Ich fliege recht leise mit den Dingern. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wo sind denn die Triebwerke? Die sind bestimmt irgendwo drinnen verbaut. Ich meine, so mag ich das. So leise fliegen. Eigentlich höre ich gar nichts. Ich schleiche mich ran. Das ist angenehm. Das Design musst du mir mal irgendwie anschauen. Wie die Triebwerke verbaut sind. Ob das wirklich so ist. Oder ob ich einfach bloß... Ähm... Zu weit weg bin, ne? Weil ich meine, ich kann ja so... Kann ich ja hier... Ja, ist schon... Schräg. Das Design. Babylon 5 haben wir rausgekriegt. Von den Schatten. So, wenn ich jetzt schaue... Dann sehe ich ja jetzt hier nirgendwo irgendwelche Triebwerksöffnungen, oder? Und wenn ich jetzt ranscrolle... Also richtig ran... Dann müsste ich vielleicht auch irgendwas hören, oder? Werden wir gleich mal sehen. So, sag ich mal ein bisschen so. Ja, okay. Alles klar. Okay. Ich dachte schon... Das ist das Geräusch, was wir alle kennen. Und was dann doch auf Dauer, finde ich, anstrengend wird. Das ist so... Es ist nicht so schlimm wie das Motorrad. Das Motorrad habe ich ja mittlerweile gefressen irgendwie. Also... Das mag ich überhaupt nie. Mit dem... Ja, das ist gut. Ja, gut. Den... Den Tipp gab es, dass man genauso weit rauszoomt. Das ist wahrscheinlich dann... Die Alternative, oder die... Die Lösung, um das dann doch zu benutzen. Weil manchmal ist es schon okay. Also die Idee an sich finde ich gut. Aber die Umsetzung, die ist irgendwie stecken geblieben. Also ich muss es mal wieder loswerden. Meine Enttäuschung über das Motorrad. So, wo ist denn das jetzt? Ist das jetzt... Sehe ich das schon? Bin ich auf der gleichen Ebene? Ich weiß es gar nicht. Ich checke nochmal die Map. Ach, auf der anderen Seite. Alles klar. Na gut. Dann habe ich noch ein bisschen Luft. Dobra. Da habe ich noch ein bisschen Luft. Wie mache ich das jetzt? Fliege ich direkt drüber? Oder fliege ich so im leichten Bogen? Ich fliege mal so im leichten Bogen. Da habe ich die Sonne. Die ist ja dann hinter mir. Das heißt, das wird beleuchtet. Das ist vielleicht das Beste. Nicht, dass ich irgendwie gegen die Sonne fliegen oder kämpfen muss. So. Ja, ich bin nochmal gespannt, wie lange das jetzt ist. Weil ich wäre jetzt schon... Also ich bin schon dabei, mal für den neuen Surfer ein paar Tests zu machen. Und insofern ist das gar nicht so schlecht hier mit dieser Map und so weiter. Da kann man sich nämlich ein paar Sachen anschauen. Und mit den Portalen und so. Also die Teleporter weiß ich jetzt gar nicht, wozu ich die Teleporter jetzt unbedingt brauche. Also dort, wo man sich so reinstellt. Ich muss da hier rüber, oder? Genau, sehe ich gerade. Das entzieht... Also ich kann auch die Portale benutzen. Also meine gut, die sind vielleicht etwas kleiner. So, aber... Ja... Keine Ahnung, was ist so der tolle Unterschied ist. Außer die Art und Weise. So, jetzt sind wir doch bald da, oder? Täuscht das wieder? Das täuscht immer noch ganz schön. Wir sind noch neben... Ach so! Ja, da ist das grüne der Scan-Radius, oder? So denkt man, ist natürlich schon im Radius. Nee, stimmt noch gar nicht. Ich bin gar nicht im Radius. Also jetzt gleich. Bin ich gespannt. Also wenn ich sehe, dass es auftaucht, schaue ich mal auf die Map. Ob das wirklich das Scan-Radius ist. Obwohl man es dann... detektiert. Hm. Also ich fliege noch? Ja, ich fliege. Genau. Oh, da. Oh, da. 1,3 Kilometer. So, jetzt checken wir mal. Na, das ist natürlich viel weiter drin. Also das ist... Das ist es... Das ist es auch nicht. Das ist doch irgendwas anderes. Keine Ahnung, was das grüne ist. So. Dann schauen wir uns das mal an. Jetzt sehe ich gar nicht. Ich gehe mal ein bisschen runter. Wo habe ich die meisten Geschütze? Oben habe ich die meisten Geschütze. Jetzt können wir mal sehen, ob es überhaupt losgeht. Dann, wenn es losgeht, dann ist es... Dann gibt es Geschütze. Ansonsten ist es eigentlich gut. Dann gibt es bloß einen Kern. Und... Ach so, jetzt muss ich mal kurz checken, was für eine Reichweite ist. Dass ich das etwas so überblicke. Lehrergeschütze hat eine Reichweite von... 850. 850. Okay. Da muss ich noch ein bisschen ran. Ach so, und die vorne? Für die ich keine Munition habe? Ähm... Auch 850. Gut. 850. 850. Jetzt sind wir drin. Okay. Das Ding ist... Ähm... Leer. Also ich kann ranfliegen, ne? Ich kann natürlich... Ich kann... Ich fliege ganz ran. Ich fliege ganz ran. Und schaue mir das mal an. Ich fliege ganz ran und schaue mir das mal an. So. Da ist der Explorer. Naja gut. Ähm... Die andere Mission. Die schwere, die startete ja hier. Das heißt, ich bin eigentlich von... Den... Oh, was... 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 Was war das? Hä? Was war denn das? Bin ich zu nah ran gewesen? Ach, ich... Ich bin schon dran. Gar nicht gesehen. Gar nicht gesehen. Aha. So sieht das aus. Okay. Ich bin schon dran. Durch diese langen Arme vorne. Hä? Dachte ich... Ja, ich habe noch Platz. Ich habe noch Platz. 200 Meter. Da sind die echt so lang. Wahrscheinlich doch. Das lege ich mal ein bisschen zurück hier. So. Okay. Jetzt... Jetzt... Jetzt sieht es doch schon besser aus, ne? Machen wir nochmal so. Okay. Also wir sind jetzt im Prinzip da. So, jetzt ist natürlich die Überlegung. An sich könnte ich ja gleich zu dem Explorer gehen und dann ist er da. Die andere Mission, die funktioniert so, dass man da oben irgendwo startet und sich dann wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern man muss sich dann durch den ganzen Komplex durchkämpfen zum Explorer, um dann von dort irgendwo hinzukommen. Jetzt ist folgende, jetzt ist folgende, jetzt ist folgende Überlegung, was ich mache. Also entweder ich starte die Mission. Ich meine, dann habe ich das Schiff nicht. Wahrscheinlich habe ich das Schiff nicht. Dann habe ich nur den Explorer. Mit dem ich dann natürlich bestimmt irgendwas machen kann. Und vielleicht kriege ich dann das Schiff auch. Ansonsten könnte ich natürlich auch einfach rückwirkend, also andersrum sozusagen vom Explorer aus die Station erobern. Das könnte ich natürlich auch machen. Das könnte ich auch machen. Ist die Frage. Ich werde mal folgendes machen. Ich mache jetzt hier mal Schluss. Das wird heute eine kurze Folge. Und wenn ihr sagt, ich soll das hier weitermachen und die Station so übernehmen, dann mache ich das. Und wenn ihr sagt, ich soll diese schwere Mission starten, dass ich dann sozusagen X7 beginne und mich zum Explorer vorarbeite, dann mache ich das. Ja, genau. Und ich könnte noch folgendes machen. Zur Not wäre noch eine Lösung. Ich kann ja dann dieses Schiff mir als Blueprint reinladen. Das geht ja eigentlich. Ich habe es ja gesaved. Beziehungsweise ich werde es nochmal saven jetzt. Damit ich dann nicht alles nochmal neu machen muss. Weil das war doch wieder Haufen Arbeit. Genau, so machen wir das. Genau, so machen wir das. Also das war heute, ja, das war jetzt halt ein bisschen hierher worden und ein bisschen labern und so weiter. Ein bisschen kürzer als sonst. Wobei das die normale Zeit ist, wie alle anderen das machen. Also das ist halt dann doch schon recht kurz. Da kommt man eigentlich wirklich zu nichts so richtig. Naja, gut, okay. Muss jeder für sich entscheiden. So machen wir es. Ihr entscheidet. Ich mache weiter. Bis dahin. Bis später. Ciao.